Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dein Lieblingsteam, dem KH Recruiting Podcast. Ich bin hier heute in der dritten Etage am KH Klinikum Selohr im Verwaltungshochhaus. Hier ist nämlich der Sitz der Servicegesellschaft und ich bin genauer bei der Logistik. Mir gegenüber sitzt Nicole Laue. Nicole, wir sind ja per Du. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor. Ja, ich bin Nicole Laue. Ich bin die Abteilungsleitung für die Logistik im KRH. Da gibt es mehrere Bereiche, die dazugehören, unter anderem der Güterverkehr oder die Standortlogistik, die wir da haben. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen spezialisieren jetzt Logistik. Was genau macht ihr alles? Also wir sind in den Kliniken unter anderem zum Beispiel mit dem Patiententransportdienst, der Modulversorgung und dem internen Transportdienst unterwegs. Wir haben aber auch noch Warenannahme zum Beispiel, wo wir dann auch Retouren mit bearbeiten. Genau. Dann haben wir noch den LKW-Bereich. Das ist unser Güterverkehr. Da fahren wir Botentouren. Wir fahren LKW-Touren. Wir beliefern mit Apotheke, Rhenusartikeln. Also alles, was der Standort sozusagen für Versorgung der Patienten benötigt, fahren wir mit unserem Güterverkehr. Vielleicht nochmal erklärend dazu, dass wir zehn Krankenhäuser oder beziehungsweise zehn Standorte haben. Und dass wir da plus die Apotheke, plus die Zentralküche, dass wir sehr viel logistische Bewegung natürlich haben. Wie viele Mitarbeiter gibt es jetzt schon so insgesamt? Ungefähr sind wir bei 230, 250. Wir beliefern aber nicht nur interne Kunden, also im KH, sondern wir haben auch Kliniken wie das Klinikum in Grunau, was wir beliefern. Oder wir haben auch von der Apotheke aus, wo wir Apothekengüter liefern, die sind auch externe Kliniken. Was würdest du denn sagen, was macht euch besonders? Was ist denn der Vorteil bei euch hier zu arbeiten, im KH, in der Logistik? Ja, Vorteil ist natürlich, dass wir unterstützend für die Pflege arbeiten. Das heißt, wir sind auch nah an Patienten. Wir beliefern zum Beispiel die Stationen mit den Sachgütern. Wir beliefern aber auch mit Patienten. Also es sind verschiedene Bereiche, die super interessant sind. Mal mehr mit Patienten, mal weniger mit Patienten. Das heißt, man kann sich halt überlegen, okay, ich möchte im Krankenhaus sein, aber ich muss nicht direkt mit Patienten. Ich kann zum Beispiel halt auch nur in Anführungsstrichen Essen verteilen und tue aber trotzdem was Gutes für Patienten. Also ein spannender Bereich. Und kommen wir noch mal so ein bisschen auf die Bezahlungsebene. Wie ist es da hier so ein KH insgesamt? Ist ja nach Tarif dann, genau. Also wir haben unterschiedliche Tarife für die einzelnen Bereiche. Also wir verdienen zum Beispiel für den Patiententransportdienst oder interner Transportdienst. Da gibt es die Entgeltgruppe A und dann haben wir noch die Entgeltgruppe B, die ist zum Beispiel bei der Modulversorgung. Oder wenn man zum Beispiel im internen Transportdienst einen speziellen Führerschein für unsere E-Karren hat, dann wäre das der Bereich. Und Kraftfahrer zum Beispiel, die wir aktiv immer suchen, verdienen in etwa die EG5, je nachdem, welche Stufe sie dann haben und welche Erfahrungen sie halt haben. Was ist zum Beispiel jetzt der Vorteil für Kraftfahrer, wenn sie hier anfangen? Ja, dass sie auf jeden Fall einen Sitz sozusagen haben. Also bei Kraftfahrern ist ja oft bei anderen Unternehmen, dass sie im Fernverkehr unterwegs sind. Das heißt, sie sind über Tage auch nicht bei der Familie. Und bei uns sind sie halt wirklich jeden Tag wieder zu Hause. Wir haben auch Arbeitsmodelle, dass wir immer fünf Tage arbeiten. Oft ist im Fernverkehr, dass sie dann sieben Tage Minimum arbeiten. Also da ist schon ein wesentlicher Vorteil, dass man hier immer in der Nähe von zu Hause ist sozusagen. Und der Patiententransportdienst, nehmen wir das nochmal so als Beispiel. Was muss ich denn dafür mitbringen? Sind da irgendwelche Grundvoraussetzungen für gegeben, die ich mitbringen muss? Ja, also super wäre natürlich, wenn man gut mit Menschen kann. Einfühlsam sozusagen, empathisch ist super wichtig, dass man sich mit den Personen auch austauschen kann, die man transportiert. Genau. Und man sollte vielleicht schon so ein bisschen technisch affin sein, weil wir da auch über ein System schon die Aufträge erhalten. Das heißt, wir kriegen dann immer jeden Tag so ein Gerät in die Hand und haben da unsere Aufträge drauf, die wir abarbeiten müssen. Was sucht ihr so gerade so für Personal? Also aktuell suchen wir ganz intensiv für unseren Patiententransportdienst tatsächlich. Wir suchen aber auch Mitarbeiter, die in mehreren Bereichen gleichzeitig eingearbeitet werden. Also zum Beispiel Allrounder, die dann sehr abwechslungsreich mal im Patiententransportdienst arbeiten, mal in der Modulversorgung oder dann auch im internen Transportdienst unterstützen. Das ist halt unser größtes Thema gerade. Wie ist das so mit Aufstiegschancen, die ich hier habe? Was würdest du sagen, wie ist da so hier die Möglichkeit für mich? Genau, also wir haben schon einige, die zum Beispiel, wir haben ja noch die interne Patiententransportdienstleitstelle, nenne ich es jetzt gerade mal, das ist unsere Disposition. Die überwachen sozusagen den ganzen Tag, was für Transporte in den Standorten laufen, im Patiententransportdienst. Und das sind zum Beispiel zwei ehemalige Patiententransporteure, die da sind. Die haben früher halt in den Kliniken tatsächlich auch die Patienten geschoben und haben sich dann weiterentwickelt und sind jetzt in der Disposition. Wir haben auch andere Kollegen, die sich halt dann sozusagen hochgearbeitet haben, aber andere auch, die dann von dort aus in die Pflege gegangen sind, weil sie gesagt haben, Mensch, das mit den Patienten ist super. So lernt man ja auch erstmal den Klinikalltag sozusagen ein bisschen kennen. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man so im großen Unternehmen arbeitet, dass es erstens viele Positionen gibt und auch viele berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ich habe auch gesehen, ihr habt glaube ich Patiententransportdienst, ist glaube ich auch freiwilliges soziales Jahr oder Studenten, stimmt das auch? Kann man sich auch? Genau, als Studenten, ja. FSJler bei uns nicht, aber Studenten zum Beispiel oder auch Aushilfen mit auf 520 Euro Basis, das geht auch. Und das kann man gut verbinden mit dem Studium, weil man da zeitlich flexibel seine Einsätze einteilen kann? Genau, wir haben ja auch am Wochenende, wir sind ja in den meisten Kliniken wirklich auch am Wochenende da und in der Woche. Das heißt, die können dann auch am Wochenende oder können dann auch die Spätschicht nach der Uni oder so, das können wir immer ganz gut mit den abstimmen. Und wir haben natürlich hier den öffentlichen Dienst, das heißt, es gibt ja auch noch Rentenzuzahlung und so weiter, das ist natürlich auch noch ein Bonus. Gibt es sonst noch irgendeinen Bonus, der hier den Logistik im KRH besonders macht oder irgendwas, was wir noch erwähnen sollten? Sonst haben wir schon sehr viel erwähnt. Genau, also wir haben zum Beispiel, was dann natürlich im öffentlichen Dienst grundsätzlich ist, dass wir Zuschläge haben für Wochenende oder Nachtarbeit oder wenn es besonders spät wird, da haben wir einige Kliniken, dass wir auch in der Nacht zum Beispiel Nachtdienst haben am Wochenende, genau. Dann haben wir noch sowas wie Benefit, dass es dann für Günstigungen bei verschiedenen Firmen gibt zum Beispiel oder Hansofit für Sport oder so, also es gibt schon einiges. Das klingt doch super. Ich würde sagen, dann haben wir schon so grundsätzlich alles erstmal angesprochen. Natürlich findest du weitere Informationen auf den Stellenausschreibungen oder auch eben Ansprechpartner in den Stellenausschreibungen. Das heißt, ich würde sagen, wir würden uns freuen, wenn du dich bewirbst und wir hoffen, dass dir dieser Podcast einen kleinen Einblick gegeben hat. Also der Stand ist, bewirb dich! Ja, sehr gerne, wir freuen uns! Vielen Dank!